Alle Wege führen nach Ruhm. Folge 365. Heute mit Paul, der einen Design-Contest bei Pari ins Leben gerufen hat. Joko isst Suppe und das beste Brot der Welt während der Aufnahme. Joko und Paul, wie sie über ihre Vorstellung von ihrem Berufsleben reden. Joko, der so gerne mehr Bücher lesen möchte, aber einfach nicht dazu kommt. Paul und seine Spätfolgen vom Oktoberfest. Mit neuen Bildungsaufträgen, einen Zahn zulegen und über den Tisch gezogen werden. Paul als Orakel hat sich endlich auch bei den US-Wahlen festgelegt. Und warum Genie und Wahnsinn eng beieinander liegen und was Kanye West und Kim Kardashian damit zu tun haben, hört ihr in der neuen Folge AWFNR. Natürlich mit Joko und Paul. Ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Präsentiert von O2.